Was soll man machen, ne? Was soll man machen? Aber was ich jetzt mal ganz kurz mache, Unwend. Oh, es hat auf, wieder zu regnen. So. Ich bin jetzt mal ausgemeetet. Ich war nämlich in dem Haus angemeetet, aber ich will woanders wohnen. Ich will ein bisschen... Ah, ich bin vorbeigefahren, aber gut. So, Licht, aber das brauchen wir nicht mehr. Will woanders wohnen. Ich will ein bisschen näher zu meinem Haus... zu meinem Arbeitsplatz wohnen. Ja, so. Da ist noch die Pizzeria. So. Moinsen, ich bin's wieder. Nach langer Zeit auch mal wieder hier, ja. Ich brauch mal wieder, äh, ne, ne, kleine Pizza. Und wieder voll. So. Ihr seht, es ist nämlich das ganze Leben, es ist voll, das finde ich viel besser hier. Wieder aufschließen. Nein, es war falsch. Hallo. So. So. Habe ich ja voll essen, voll, ne, ja. So, dann fangen wir wieder nach zur Arbeit und machen weiter. Und dann suchen wir später noch einen Job, ähm, später neuen, ähm, Platz, wo wir wohnen können. So, dann sind wir gleich schon da, ist doch schön. Und dann machen wir auch ein Payton Spray direkt in die Ecke, das ist auch cool. So. Gucken wir jetzt da runterkommen. Ich fahre jetzt hier nicht den Berg runterfahren, weil ich, wie gesagt, meine Karre nicht nochmal schrotten möchte. Das sind halt 700 Dollar, die ich da einfach überschlagen habe. So, da bin ich doch schon wieder. Moment, einfach mal vor dem hier. Park K oder K-Park? Park K, ne? Vielleicht K-Park. Oder, ich denke mal so, Park K. Ah, gut. So, dann machen wir Muttermaus. Steigen aus. Und dann machen wir, äh, abschließen. So. Schönes Ding. So, ähm, wir machen weiter Job. Roadtrain natürlich. Frau, das ist jetzt, dass wir keinen Regen mehr haben. Wir sehen jetzt ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. So. Plopp, drunter. So, wir müssen da hin. Also müssen wir mal den Bergweg fahren, am besten. Aber ich könnte es ja auch probieren über die Autobahn, da, das Stück. Das ist einfacher zu fahren, ehrlich gesagt, weil da haben wir keine Berge. Weil die kotzen mich ein bisschen an bei der Fahrt, weil es dauert, da zieht sich halt alles dadurch ein bisschen. Und wenn wir hier ein bisschen geradere Strecke haben, können wir ein bisschen mehr Gas geben mit dem LKW. So, wieder vom Gas runter. Und weiter geht's. Komm, lass fliegen, zieh. Mal kurz mal gucken. Oh, während das noch. Okay. Nehme ich noch ein bisschen auf. Noch ein, zwei Touren fahren wir noch. Und dann werde ich mir noch ein Haus mieten. Und dann werden wir vielleicht erst mal Schluss machen. Schon ein bisschen Umweg hier. Naja, ein bisschen. Einfach auf den Hund jetzt mal nicht hören. Äh, ja. Das Vieh will gerade wieder nicht ruhig sein, aber gut. So, dann fahren wir hier links rum. Hoppala. Und dann müssten wir... Ja, jetzt fahren wir die ganze Zeit ja an der Küste lang, ne? Theorie ist schon ein Umweg, was wir jetzt hier fahren. Das ist recht, weil wir jetzt hier auch in die Berge fahren. Ach, nö, komm. Hätte ich das andere auffahren können. Scheiße. Ja, aber gut. Das sind ja nicht so enge Kurven, die wir jetzt hier fahren. Dann geht das ja noch. Dann habe ich nichts dagegen. So. Oh. Ja, gut. Ich bin schon ruhig, weil die Kurven, die da vorne kommen, deuten nicht gerade unbedingt an, dass wir gerade fahren. Oh, gut. Sie gehen bergab. Ja, da links ist die schwarze Linie. Das wäre die Strecke nebenher, aber gut. So. Scheiße. Das war richtig mean. Boah. Das war knapp. Drehen und langsam rum. So. Komplett uns einer. Es sah so aus. Hm. Boah. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wow. Boah. Das ist ja die Kurven. Kannst du beim LKW nicht fahren. Ehrlich, ey. Na ja. So. Jetzt geht es ein bisschen geradeaus. Ist schon mal schön. Kann man hier auch wohnen. Jo. Kann man echt cool. Aber wer will denn hier wohnen? Das ist ja voll am 8. Der Welt. Das ist schon mal richtig. Okay. Da vorne gibt es dann gleich die... Ja. Gibt es die Brücke. Ne. Dann müssen wir jetzt hier rechts... Ja. Dann kommen wir da rüber. Das war nämlich da vorne. Hier bin ich erst gerade ausgefahren. Hier war ich schon hier lang gefahren. Das war ja falsch. So. So. Komm hoch. Jetzt hier links. Und dann gleich wieder links. Ja. Dann kommen wir da rüber. Schön. So. Kramsen. Rum. Rum, 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 rum. Nicht umkippen. Bingo. Bingo Bongo. Ja, sind wir gleich da. Das ist gut. Hätten wir das auch geschafft. Schön. Wir in das Gebiet müssen wir rein. Dann kommen wir doch... Hier rein. Ich denke mal, ne? Ah, da muss ich hin. Okay. Tada. Und wieder zu Hause auf unser Konto. Da kommt dann ein Sulatan. Das ist ein ganz tolles Auto. Wer kennt? Ich kenne den Sulatan auf dem Server? Ich fahre ganz oft mit meinem Sulatan. Nicht mit einem Sulatan. Nein. So. Wieder ein Coolanhänger. Ich hoffe, wir fahren nicht wieder. Bis dahinten hin habe ich nämlich jetzt echt keinen Bock zu. So. Wir müssen... Okay. Keiß Autobahn fahren. Okay. Jetzt ist es nicht so weit. Sag mal. Finger weg von meinem Autokollege. Ey, da will einer mein Auto einbrechen. Zum Glück habe ich es abgeschlossen, ey. Der wäre nämlich jetzt weg gewesen. Dün, 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 dün. Oh, jemand hat sogar ein Lufttaxi. Warte mal. Hier fährt hier immer ein... Taxifahrer, äh... Ne, sicher einer, der... Im Pilot. Man kann es auch Lufttaxi nennen, aber hey. Nennen wir es... Ja, ich meine, man kann es auch Flugzeug nennen, aber nennen wir es Lufttaxi. Wenn er möchte, soll er machen. Oh, komm. Keine Polizei in Sicht, da kann ja auch links bleiben. So. Liegt einfach mal spaßhalber an, weil es schöner aussieht. Außerdem sehen mich die Autos eher, wenn ich ihm voll entgegengerast komme. So, wieder bremsen. Rum. Sind wir gleich schon mit der nächsten Tour erst an Level 20. Mal gucken, ob das dann mehr Geld bringt. Beziehungsweise vielleicht auch eine andere Route. Ich denke mal, die Routen werden dann vielleicht weiterkommen. Das könnte auch sein. Oh, Technobase ist abgeschmiert. Cool. Dann machen wir das mal wieder neu an. So. Ah, jetzt geht es wieder gut. Aber jetzt kann ich es auch umschalten. Uh, jetzt geht es wieder. Jetzt kann ich es auch endlich ausmachen. Geil. Das ist das Steg in Los Santos. Ja, das Steg. Wer kennt nicht das Steg? Aber die machen Rennen bis nach da hin. Okay. Muss mal gucken, dass ich, wenn ich auch mal meinen Wagen ein bisschen gepimpt habe, dass wir auch vielleicht mal Rennen mitfahren. Wenn wir da irgendwas mitkriegen. Ihr dürft fahren, wie ihr wollt. Also auch alle Leute kaputt fahren, würde ich jetzt mal runter verstehen. Jetzt ist es wieder zwei im Arm. Was soll denn der Kack? Warum ist der jetzt aus? Das ist richtig unschön. Aua. Jetzt habe ich zwei Radios an. Ey, das ist jetzt ganz unschön, liebes Spiel. Gefahren. Oh. Roadtrain. Wenn ich jetzt Zeitfahrt und Gefahren... Es gibt 40 mehr. Achso, wir haben schwere Sachen. Okay, das ist mir jetzt gerade egal. Alter, die Mucke. Wir holen uns jetzt kurz noch eine Wohnung und dann werde ich aufhören, weil das geht ja gar nicht gerade mit der Musik an. Ich werde die bei euch, denke ich jetzt kurz rauskarten. Motor an. Alter! Schick doch mal Hemmungen, ey. Nee, komm ich nicht hoch, kacke. Oh, nicht zerlegen, nicht zerlegen. Boah. Nein, 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 nein. Ganz ruhig hier. Ich fahr jetzt einmal außenrum ums Gebäude rum, dann geht das. Oder so. Wir drehen einfach mal. Scheiße. Dammit. Ganz schlecht. Jetzt. Kacke. Nein. Aber ganz kurz. Ich respaw mal ganz kurz die Karre. Alter, die Mucke. Boah, geht mir jetzt auf den Sack. Das kostet Geld, oh. Ja, bin ich schuld. Boah, die Musik. Ich, hier hört das so wirklich so laut, aber ich hab's gerade volle Pulle. Hey, Alter, kann man nicht irgendwie die scheiß Mucke komplett mal ausstellen? So, ich stelle es jetzt mal zwischenzeitlich mal kurz fast leise, weil ich will jetzt gerade, ich bin dann gleich tot von der Musik her. So, da fahren wir jetzt mal ganz kurz, ähm, weil die gerade doppelt läuft. Ich weiß ja auch nicht, ist ein Bug mit den Radios hier. Ähm, wir wollen jetzt auch kurz irgendwo hier ein Haus suchen, meine Nähe. Ich guck mal, ob hier irgendwo einer sein Haus vermietet. So. Guck mal, ob hier irgendwo ein blaues Symbol bei ist, wo es auch nicht so teuer ist pro Tag. Muss ja auch daran denken. Hier ist anscheinend nicht teuer, kann das sein? Ich steck mal ganz kurz aus, dann gucken wir mal ganz kurz, kurz mal die Karre abschließen. Ähm, gucken wir mal ganz kurz nach. Wie kostet das hier? Miete 40. Ja, slash UN. Moment. Lass dich erfolgreich eingemietet. So, dann sind wir hier. Ähm, dann packen wir die Karre nochmal kurz. Ja, ist okay. Die ist nicht offen. Ist verstanden. Parken wir mal ganz kurz ein bisschen um. Und dann würde ich vorher erstmal wieder Schluss machen. Ähm, wo packe ich die Karre denn mal? Packen wir es einfach hier so. So, X-Motor aus. Slash Park K. Äh, dann, ups, das passt. Dann steigen wir aus. Schließen unsere Karre mal ab. Ich hoffe, sie wird hier nicht abgeschleppt. Und was wir auch machen, ist nämlich Slash Save. Weil das durchhält nämlich unsere Position. So, damit verabschiede ich mich dann jetzt erstmal von Lockhart abgebrochen. Achso. Ach, ich muss da in der Position stehen bleiben. Okay. Äh, dann verabschiede ich mich erstmal von euch. Und let's play Vio Real Life. Ich bin 1105. Haut rein. Äh, GTA 05. Ah, immer noch Verwechslung hier. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.